Willkommen in meinem Hila Kanal Heute kam ich zu Ihnen mit ziemlich einfachem alter Kuchen Rezept. Ein unglaublich leckeres Rezept. Ich werde dieses schöne Rezept sofort vorbereiten. Indem Sie bitten, mein Video bis zum Ende zu folgen. Beginnen wir die Vorbereitung unserer Creme zuerst auf unsere. Ich bekomme mein 1 Ei in einem geeigneten Topf und ich bin nett. Wir kümmern uns um einen schönen Weg, in der Milch zu bleiben. Ich bekomme sofort meinen eine Tasse Zucker darauf, nachdem ich bis je Tere gejagt habe. Ich verwende sofort 2,5 Esslöffel Mehl und 2,5 Esslöffel Stärke nach dem Kochen von Zucker und Eiern für 30 Sekunden. Ich habe Weizenstärke verwendet. Sie können auch Maisstärke verwenden, wenn Sie möchten. Nach dem Hinzufügen von ihm beginnen zu spritzen. Wir schnappen uns weiter, bis er die Pfeife hält, nachdem sie angefangen hat zu schwören. Wir schnappen weiter, bis wir den Schneider halten. Ich habe meine Milch bis zu 1 Liter sofort nach der Pfeife hinzugefügt. Lassen Sie uns schön nach dem Hinzufügen von Mischen. Wir kümmern uns darum, bis zum gesamten Klumpen zu vermischen. Ansonsten können Sie unten bleiben. Also stellen wir sicher, dass wir schön gemischt haben. Nach dem Rühren bis zur Jeteri bekomme ich sofort meinen Topf zum Okay. Ich habe angefangen, bis zur Jeteri zu kochen. Kochen wir unsere Creme ständig, bis sie im mittleren Feuer konsistent wird. Der Grund für Ihre kontinuierliche Mischung kann 6. Halten. Deshalb holen wir den Mischkalkreopos Resini. Lassen Sie uns die biologischen Entdeckungen von Geschmacktravelimi. BR Komma, wir sind auch berühmt durch Libere, Couset, Julia Gold und Physik von Ich füge meine Butter bis zu 2 Esslöffel drauf. Ich mischen sie schön nach dem Hinzufügen einer Packung Vanille aufhehmen. Wir vermischen weiter, bis die Butter drin schmilzt. Ich bin sehr froh, wenn Sie eine Information über dieses Thema in Kommentaren schreiben, wenn Sie eine Erfahrung haben. Ich bin glücklich, wenn Sie sich in meinen kreativen Ideen befinden. Wie Sie sehen können, kam unser Kraut zur vollen Konsistenz, und es war eine Konsistenz wie Fähig. Ich komme sofort vom Herd nach der ganzen Butter rein. Lassen Sie uns den Prozess der Kombination mit Keksen sofort gehen, ohne die zu kühlen. Wie Sie sehen können, mische ich es wie folgt vor dem Kauf des Tabletts. Ich habe es auf die untere Basis von Borka mithilfe eines Eimers verteilt. Sie können diesen Prozess in der gewünschten Form tun. Ich benutze Borkam. Wie Sie sehen können, lassen Sie uns fast jeden Platz des Tabletts gleichmäßig mit dem hinteren Teil des Eimers verbreiten. Dieser Prozess ermöglicht es, Kekse zu rutschen, wenn wir es setzen. Legen wir es in den Altabschnitt notwendigerweise vom Gegner. Ich benutze quadratische Kekse, wie Sie später sehen können. Sie können dieses Rezept aus der Vielfalt der Kekse, die Sie von Kakaolu quadratische Kekse möchten vorbereiten. Ich setze meine Kekse in den Boden des Tablets, um zu wiederholen. Ich weiterhin meine Creme in einer Weise zu verbreiten. Ich werde die Creme wieder hinzufügen, nachdem ich sie ausgebreitet habe. Ich kniere die Kekse mit dem gleichen Prozess sofort nach der Verbreitung. Sehr einfaches Rezept. Sie können dieses Rezept in Minuten vorbereiten. Wenn Sie dieses Rezept mögen, können Sie Ihren Gästen 5 Stunden lang Ruhe bieten. Nach der Verbreitung von Keksen habe ich sie sofort mit vielen Cremes und der Hilfe von Spateln ausgebreitet. Ich werde die Tricks so weit teilen, wie ich bin. Ich werde dieses Rezept noch einmal hinzufügen. Ich bereitete alle meine Kekse. Wie Sie sehen können, bin ich endlich aufrecht. Nach der Geraden bis zur Jeterie, werde ich sofort die oben genannten. Mit einer Stretchfolie schließen und sie aus dem Kühlschrank entfernen. Wir kümmern uns um das Sitzen auf der Stretchfolie. Ach, sie kann geschwitzt und bewässert werden. Ich habe es als Direkt einfügen. Ich entferne es sofort aus dem Kühlschrank nach Korrektur bis Jeterie. Wir können die Abkühlung sofort nach Entfernen des auf den Kühlschrank vorbereiten. Wie Sie sehen können, habe ich ein Paket Milchschokolade. Mit einem Paket bitterer Schokolade verwendet. Ich werde dem Körper 2 Esslöffel flüssiges Öl hinzufügen. Ich schmelze meine Schokolade mit Memerie. Es ist wirklich wichtig, den Ofen zu schmelzen. Wenn Sie es als Direkt in Brand setzen. Kolates können geschnitten werden. So wird es schöner, wenn Sie auf kochendes Wasser setzen. Nach dem Aufsetzen des kochenden Wassers, kümmern wir uns. Um den unteren Teil ist nicht unbedingt das Wasser wert. Bei können Schokoladen wieder geschnitten werden. Also schmelzen wir unsere Schokoladen auf langsam. Kochendem Wasser, wie Sie im mittleren Feuer sehen. Sie können Kanai-Rezept auf allen Kuchen oder Dessert verwenden, die Sie wollen. Wir kümmern uns um die kontinuierliche Mischung bei der Herstellung von Kanai. Lassen Sie jeden Platz gleichmäßig schmelzen. Ich bin erstaunt genug. Diese Konsistenz ist genug für uns, wie Sie sehen. Ich füge sofort nach dem Rühren 2 Esslöffel flüssiges Öl hinzu. Ich mache den Mischvorgang so lange fort, bis das flüssige Öl und die Schokolade genug sind. Sie können auch die Schokolade mit cremischen, aber auf. Diese Weise wird viel bequemer mit den Zutaten im Haus sein. Ich gieße es auf den Kekskuchen, den ich unmittelbar nach dem Rühren bis zur Jeteri vorbereitet habe. Diese Konsistenz ist genug für uns, wie Sie sehen. Ich nehme sofort auf und gieße auf den Kuchen. Wir werden nicht vergessen, Stretchfilm auf dem Körper zu nehmen. Wenn der erste Ort wie eine Menge Flüssigkeit aussieht, werden Sie auch sehen, wie schön es dauert, nachdem Sie etwa zwei Stunden im Kühlschrank entspannen. Es wird viel schöner sein, wenn Sie auf maximal zwei Stunden hören. Und die Kekse werden auch schmackhafter sein, da sie in der Creme erweicht. Ich empfehlen Ihnen, es in der Nacht im Voraus zu tun. Wenn Sie keine Zeit haben, können Sie für zwei Stunden ruhen. Ich habe bis zur Jeteri geebnet. Ich habe Hemendolaba geschickt. Ich kann auf zwei 2,5 Stunden hören. Wie Sie sehen können, hat es eine sehr schöne Konsistenz erhalten. Ich beginne mit dem Schneiden mithilfe von Hemenklinge. Du kannst deinen Kuchen in irgendeiner Weise schneiden, wie du willst. Der Ganai auf dem Körper gibt wirklich sehr schönes Bild und Geschmack. Ich empfehle Ihnen, es auf diese Weise zu tun. Ich will sofort ein Stück schneiden, nachdem ich meine Krankheit in Scheiben geschnitten habe und dir mehr Konsistenz zeigen. Es war wirklich ein tolles Rezept. Es ist ein einfaches und sehr leckeres Rezept. Ich möchte die Konsistenz näher an Ihren Augen zeigen. Es war ein großes Rezept, das Sie in Minuten vorbereiten können. Sie können auch dieses Rezept mögen. Ein sehr schönes Dessertrezept, das Sie aus Haushaltsmaterialien vorbereiten können. Dieses Rezept ist ein sehr leckeres Rezept. Ich nähere mich heute dem Ende meines Videos. Wenn Sie mein Rezept mögen, bin ich sehr froh, wenn Sie den Schlüssel drücken. Sie können es mit Ihren Freunden teilen, die Sie sehen möchten. Holen Sie sich Ihren Geist jetzt jedem, der das Rezept probieren wird. Löffli mit der Zunge zu diskutieren in meinen nächsten Videos.